Yo Baby, Yo Baby, Yo! Hier ist das Freikampfsofa. Und wir spielen Reaper of Souls. Genau. Auf Schwer und rennen durch und suchen den Seelentiegel in der Gideon Gasse. Da unten, wetten? Da wo wir noch nicht waren, wetten. Richtig. Und das ist da unten. Oh, hier liegt was rum. Cool. Guten Tag. Da liegt auch noch was rum. Habe ich auch mit. Ist ja geil. Ich glaube, du warst hier schon mal. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Hier liegt ein Fass. Hier liegt... Ach, hier bin ich glaube, hier renne ich im Kreis. Toll. Wie, ist das der Ende da oder was? Äh, ja nun. Ach, da oben sind wir noch nicht gewesen. Ah. Toll. Scheiße. Oh, ein Gegner. Ups. Nein, ich will nicht zurückkehren. Zurückkehren? Ich drücke jedes Mal, wenn ich Karte haben will, das falsche Ding da. Okay. Was weißes? Was feines? Ich bin schon wieder... Ich bin schon wieder... Lost in Space, ja? Ich bin schon da. Hier ist ein Tor. Der bleibt mir wieder im falschen Honk. Ich geh da mal schon mal. Ich hol dich sowieso ein. Der ist hier mit einem Schild verbunden. Ah, ich bin eingefroren. Ah, er sagt mir auch Energie hat, der Sack. Oh, hier liegt Geld. Äh, irgendwie nicht kaputt. Das ist das Problem. Jetzt komm ich und einmal drauf. Fettig. Geh doch. Die angebummsten. Klar. Äh, hast du super gemacht. Ich weiß. So bin ich. Super. Einfach super. Du bist einfach super. Das ist halt ein Lebensmotto, ne? Einfach super sein. Bumm. Das ist die Berufsbezeichnung. Und was machen Sie so beruflich? Ich bin einfach super. Ich bin einfach super. Oh, scheiße. Ist das schlecht? Was? Schleeeeeicht. Da ist wieder ein Häuschen hier. Oh ja, genau. Wo ist es? Da. Und rein da. Plups. Ich bin schon drin. Bevor wir das vergessen. Oh, geht schon weiter. Das waren keine Seelen-Ernter, denn waren das ja irgendwelche Menschen. Was ist da passiert? Ja, können wir nicht mal, ja. Oh, oh, sie verwandeln sich. Bums. Klack. Das waren gerade ein paar Punkte. Was war das? Ein Marquise-Toppass. Okay, cool. Ja. Ich muss ja schon auffassen mit den scheiß Diamanten da. Ich kann dann gleichzeitig und alle noch zu sockeln und einen zusammenzubauen. Macht überhaupt keinen Sinn mehr. Wenn ich die nie benutze. Ich mach nur noch rote. Ich könnte ja eigentlich theoretisch auch auf und abgeben. Ja, mach doch. Theoretisch. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Dass du mir nichts abgibst, ist mir schon klar. Deswegen kann ich auch ganz locker sagen, mach doch. Weil ich weiß, du machst das sowieso nicht. Oha. Los. Hier ein Blitz für dich. Ich brauche einen Blitz. Hier ist noch ein Haus. Halt, 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 halt. Hier ist ein Zwerg. Oh ja, den machen wir schnell weg. Hab ihn. Ich wollte aufheben. Ich bin weg. Ich muss zurück. Was kannst du? Ich geh aber jetzt wieder zurück. Da ist nämlich noch ein Häuschen. Das gibt's doch gar nicht, ey. Da haut einfach ab. Das ist es. Komm, 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 komm. Wir wollen auch hier die Revolution nochmal aufdecken. Eine Revolution. Eine Revolution. Eine Revolution. Oh, wer ist er denn hier? Er ist tot. Was weiß ich. Stimmt. Jetzt wo du es sagst. Der Hinterhof. Nein. Auf den falschen. Scheiße. Oh, Level ab. Der geläuterte Kutist. Klar. Ja, ja, ist klar. Klar. Total. Aber ist das schon Goldkirr gewesen, der Typ? Nee, ne? Nee. Wie leuchtet mein Schild? Warum leuchtet mein Schild so? Er hat das Freude schon gemacht? Ja, ja, ist klar. Ich habe auf dein Schild nicht so geachtet, um ehrlich zu sein. Jetzt leuchtet es auch nicht mehr. Komisch. Wird voll geleuchtet. Hm. Hallo? Ähm. Gegner? Oh, Gold. Gold! Metzl, Metzl, Wumms. Da leuchtete was. Wiii. Ja, das ist cool. Das ist meine richtige Schatzkiste. So sehen Schatzkisten aus. Schatzräume meine ich. Kann ich nichts aufnehmen? Hahaha. Jetzt schon? Hahaha. Ich kann noch 8 Gegenstände aufnehmen. Aber dann nehme ich keinen lilanen Rackeswächter irgendwas. Das sind alles Geld. Das ist wichtig. Und ich nehme keinen Kriegsgürtel mit. Wir können hier uns nach Hause zappen. Jo. Da war irgendwo so, hier liegt nur Gold. Gold. Boing. Boing. Schatzkamer. Das heißt nach Hause, du kommst nur vor die Tür. Ähm. Also ich gehe jetzt nach Hause. Echt? Ja. Dann mache ich das lieber direkt vor der Tür. Dann muss ich nicht so weit laufen. Oh. Hahaha. Optimieren. Wege optimieren. Gold. Gold. Ich könnte ja auch mich an deiner Fahne an dich zappen. Nein. 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 Doch. Nein. Ich will aber nicht, dass du meine Fahne nimmst. Dann baue sie da ab. Hättest du da nicht hingestellt. Schon wieder diese Stangenwaffen. Die will ich nicht. Mach sie weg. Die sind doof. Stangenwaffen will ich nicht. Was mache ich mit dir? Stangenwaffen wegnehmen Ne, kann ich mal wieder verwerten Eigentlich, dass er hier was zu tun kriegt Hexen-Doktor Was für dich Wie auf dem Boden, ne Was 23 Blockschaden 14.112 Oh, ein schlechter Helm Ah, ein schlechter Helm War ja nur eine Idee War auch eine gute Idee Sie war nur leider kein Pfifferling wert Nase Was hast du denn für einen Kack 17 Weg damit Schon geschrottet, ja So, wo ist der Meister mit der Schmiede Hier, ne Der Schmiedemeister, nennt man ihn auch Und boing Warum kann ich das nicht verwerten? Verwerte das Und 4.620 reparieren Keine Ausbilder Nö Ja, welches Level bin ich eigentlich jetzt? Ich bin Level 66 Ich bin, hab ein Level abgehabt Krasser Scheiß Und es wird mich zu nichts bringen, glaub ich Huch Level 70 wird das interessant Dann kriegst du einen von denen hier dazu Äh, was hast du von den Boni-Fähigkeiten noch? Eine neue Weil bei mir wird die ab 6.30 freigeschaltet Ja, das ist doof, was ich da bekomme Wieso hab ich eigentlich das aktiv, ey Wenn ihr einen Angriff blockt Während gesteht der Sinne aktiv ist Geht ihr vor Wut und Flammen auf Wodurch Gegner im Umkreis von 15 Meter 75% Waffen schaden, was Feuer schaden erleiden Das war viel cooler hier Wenn ich blocke Geschickte Sinne aktiv ist Das ist das gleiche quasi Achso, das ist ein Area-Effekt-Schaden Und das hier ist Den Angreifer Achso, hm War gut Macht Sinn, ja Macht Sinn Was gibt's noch? Ich hab nicht verstanden, was du gesagt hast Aber du wirst recht haben, garantiert So, hier hab ich die Chance Dass mit 50% Wahrscheinlichkeit Noch ein weiterer Hammer entsteht Wenn ich meinen gesegneten Hammer aktiviere Das wär nämlich eigentlich auch cool Wenn meine Hammer mit mir Sich mit mir Sich mitbewegen würden So, jetzt hab ich den Satz fertig gekriegt So, auch doof Stahlhaut Erhöht Meine Eisenhaut Hab ich auch schon gehabt Entfesseln Das bleibt so wie es ist Gebote Tapferkeit Ich höre meine Wahrscheinlichkeit für kritische Trefferschäden auf 100% Ne, nicht Wahrscheinlichkeit Der Schaden wird auf 100% erhöht Auch alles doof So, was ist das hier? Vormacht Das ist eigentlich ein ziemlich geiles Teil Mein Himmels Furor Und der Strahlt mir mit 2766% Waffenschaden Einweg Deswegen ist es wichtig Mein Waffenschaden hochzuprügeln Egal wie langsam das Ding ist Also langsame Waffen gut Und am besten ist es auch immer zweihändige Waffen zu nutzen Das ist der Trick dabei Weil die haben immer noch einen extrem hohen Schaden Ich hab mir gerade einen Fetisch geholt Statt dieses Dingenschen Der über mir da Nein Doch Weil Wenn ich in diesem Ding stehe Hunde tanze Nein, nicht den Hunde tanze Dann kriege ich 250 Mana jede Sekunde wieder Das heißt, ich kann meine Wolke andauernd Ja, die Wolke ist wichtig Ich probiere das mal aus Ich bin jetzt so auf Wolke und dann Mana, Mana, Mana Mana, Mana Mana, Mana Ich gucke mal, was das so macht Was gibt es hier noch? Eine Zermalmöden erhöht den Schaden von Gerechtigkeit Oh, die ist aber groß, der Bereich Cool Der ist schön groß Ach, wenn du da drin stehst Kannst du dich auch nicht bewegen, ne? Guck doch mal, wie groß der Bereich ist Auch ziemlich lange, ne? Das ist cool Wie lange bleibt der? Ja Wie lange bleibt der? Ja Er ist immer noch an Er ist weg Das waren doch gerade mal 20 Sekunden oder sowas 5? 20 Ja, 20, ja, würde ich auch mal sagen Passt doch So, ähm Wir kehren zurück Wir kehren zurück Und dann machen wir eine Pause Echt? Ja Nicht da rein Ich will da rein In die Gideon-Gasse Ich komme zu dir Ich blitze mit Ich lasse, wir wollten eine Pause machen Ja, machen wir auch Aber auf der anderen Seite Auf der anderen Seite Gideon Das erinnert mich an An was anderes Was war denn das nochmal? Gideon Gideon war bei Criminal Minds Einer der Gucke ich nicht Hauptinspektoren Aber das war Gideon Gideon Ansonsten Gideon 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 Das ist aber ein anderes Gideon Gideon So, das war das Welcome Sofa mit Reaper of Nicht vergessen Souls Und Abo hier Alles da Bis zum nächsten Mal Tschö Tschö Tschö